So. Hm. 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 So, nächste Runde ist er wieder da. Der repariert eine Runde, das ist auch okay. Das war's erstmal wieder. 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 Okay. Hmm. Hmm. Okay. 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 Und was lieber so. Ja. Den Kreuzerkampf machen wir später. Weil ich kann bis jetzt meinen zweiten, mein zweites Schlachtschiff nicht ausrüsten. in der Gothic-Flotte. Deshalb muss ich ein bisschen Ruben sammeln. Am besten machen wir es jetzt gegen die Orks hier. Ich habe schon wieder dieses Gefühl, dass ich KI-Flotte dazu kriege. Und die wird ordentlich rummudeln. War zwar außerhalb des Rands, aber wenn die Nova-Kanone da es getroffen hat, dann ist das so. Ja, Admiral. Ja, Admiral. Okay, das ist kein Transporter. Da sind Ziele. Du musst auch mal hier das reparieren auf Automatik. Kruising speed set. Awaiting orders. Reloading. Ship ready. Damage teams begin repairs now. Engines hot. Enemies ship sighted. Ohne Scherze, das ist doch nicht mehr lustig. Ohne Scherze. Awaiting orders. Understood. Your orders. Setting course. Execute high energy turn. Targeting enemy vessel. Underway. That's your command. For the emperor. Alle feindlichen Transporter sehe ich gerade. Bei der Link sind noch zwei, die kann ich doch gar nicht erreichen. Acquiring new Vector. Course footed. Execute high energy turn. Cruising speed set. Orders received. Enemy transport ship destroyed. Ohne Scherze. G Tina. Wasm disease priya. Ki. Kai, würdest du mal bitte das Ship angreifen, den Transporter? So, bewegt deinen Fettarsch. Das ist so eine Scheiße. So, Dex would be us. Und der Weg. Ship ready. Understood. Activating tactical cogitators. Orders received. Engines to maximum. Jetzt holt ihr den Pimmel. Reicht mir langsam. Dann gib den Klatscher. Das war's. Your orders? Pah! Immerhin abgeklatscht. Was auch irgendwie merkwürdig ist. Jemand isst eine Pizza 60 x 40 cm. Das ist eine komische Pizza. Vor allem, wenn sie rund ist. Breite mal Höhe, ne? Einfach nur so ein Klotz Teig. Ein viereckiger. Und oben irgendwelchen Müll drauf. Ah, schön. Ah, schön. So. Nächste Fertigkeit. Deflector-Transfer. Die Stasis-Bombe. Auguren-Destructor. Plasma-Bombe. Ah. Hier kann ich mir nichts leisten. So. So. Das wäre nochmal Konvoi. Okay. Das brauche ich aber. Gerade. So. Alle klein. Weil wegen Tempo. Dann nehme ich dich noch mit. Drei von euch. Drei von euch. Äh. Auch das richtige Linien-Schiff auswählen. Dann, ne? Mhm. Puh. Moment. Wir nehmen ihn. Euch. Und die Drei. Ah, ich habe ja nicht aufgepasst. Bin Verteidiger. Egal. Kriegen wir es schon hin. Wie ich über die linke Seite gehe, ist doof, weil? Wegen der Fische. Wegen der Fische. Nein, weil die, ähm. Mir oben einfach voll auf die Eier gehen würden. Auch eine gute Begründung, ne? Ne, weil dann habe ich genau das Problem. Ich komme hier oben mit meinem Transporter und zwar rein. Müsst ihr ungefähr hier hin oder da hinten hin? Weiß jetzt gar nicht in welche Zone ich muss. Ah ne, hier ist da eine Deploy Zone. Ich muss da hinten hin. Ähm. Dann hänge ich nämlich hier, äh. Dann werde ich nämlich beschossen von denen aus dem Nebel heraus. Hm. Könnte ich hier auch kriegen. Aber. Passt schon. Unsere Schiffe werden da schon blocken. So. Ihr seid ne Gruppe. Ihr seid ne Gruppe. Ihr seid ne Gruppe. Weil leider halten die ja keine Formationen oder sowas. Das muss ich den rein. Deklarieren. Du bist ne Gruppe. Ihr seid ne Gruppe. Tja. Ja, Admiral. Ich bin mir egal, ob ihr mich gerade identifiziert. Es ist mir egal, ob ihr mich gerade identifiziert. Es ist mir egal, ob ihr mich gerade identifiziert. At your command. Cruising speed set! Ship ready! Ship ready! Activating tactical cogitators! Yes Admiral! Under way! Course plotted! Target locked in! Awaiting orders! Activating tactical cogitators! Ähm bei euch drei auch mal das Automatismus Ding reinhauen. Also aus March reparieren. Bei euch auch. Resuming normal functions. Yes Admiral. Engine hot! Ja das ist nur ein kleiner... Boah! Man muss ja auch sagen die Soundkulisse ist eigentlich auch total super. Ich glaube es ist super. Under way! Wettung. An office네요! Vettung! Ich spiele dann! Ich spiele dann! Oh es ist ein kleine Erektarist. Das ist ein kleiner Schuss. Oh es ist mir nicht passiert! Ach, wie ich kotzen könnte wieder. Zwei Sekunden geflogen und schon haben wir wieder die Sachen verloren. Alle festhalten. At your command. Setting course. Orders received. At your command. Enemy ship sighted. Your orders. Helm coordinates acknowledged. Ship ready. Course plotted. Ship ready. Kann nicht sein, dass der so viel ausser mit den Makro-Batterien. Exeggert die hohe Energie-Rolle. Your orders. Na komm, na komm, na komm. Cruising speed set. At your command. Cruising speed set. Das war's erstmal mit deinem dämlichen Fliegen. Der hat immer noch gelebt, ey. Orders received. So, ihr seid immer noch nicht ready, dass ich euch nochmal losschicken kann. Your orders. Du musst aus der Schussbahn raus. Activating tactical quantitators. Understood. Komm, komm, komm. Activating tactical quantitators. Ach komm, das ist doch noch im grünen Bereich. Cruising speed set. Yes, Admiral. Awaiting orders. Activating tactical quantitators. Ja, du penner. Ship ready. Activating tactical quantitators. At your command. As inomb Lotus. As inomb ہے. Set it all. Setting course. At your command. At your command. down. At your command. At your command. Bullive power. Colin. Activating tactical quantitators. Der kann gut treffen. Setting course! Your orders! Oh, war der aber schnell weg plötzlich. Awaiting orders! Cruising speed set! Yes, Admiral! Changing course! At your command! Changing course! Reloading! Your orders! Resuming normal functions! Under way! So, versuch dein Glück. Ah, jetzt lasst er dich bei den Torpedos ärgern. So, und noch einmal Schuh, dann haben wir die nämlich durch. Fliegt meine Kinder. Ja, alle durch. Oh, Mann. Wenn es wenigstens jetzt einen Superbonus geben würde. Oh, Mann. 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 Oh, Mann.